Der ist los links direkt von der Tür. Oha Johanna. Das war deine Chance. Das ist noch Kapital. Für diese Gelegenheit bin ich drauf gegangen einfach nur. Alter, ehrlich? Der Endlator angepuckt. Hau dich jetzt kaputt. Das kann man gleich speichern. Wir weg gerade die Tür. Der ist noch 3 gegen 3. Montani ist tot. Der steht hier vorne. Montani lebt noch, aber er wurde dann gekillt. Ich glaube, er ist an den verkackt. Leute! Dann lass dich droppen. Nein! Fotze! Go fast in the smoke! Go fast in the smoke! Fast fast fast! Go in the smoke! Was ist das? Nein! Er hätte einfach in der smoke stehen bleiben müssen und seine Waffe ziehen. Dann hätte er alle gekillt, Digga. Da war ja noch einer. Er hat ihn gekillt. Er hat ihn gekillt. Der Monti hat er gekillt. Er wurde von dem abgeschossen, der ihn hielen wollte. Er hat auch Frost gekillt! Frost hat auch gekillt! Ja! Er hat Frost auch gekillt! Er hat ihn nicht angezeigt! Er hat ihn nicht angezeigt! Er hat ihn nicht angezeigt! Zwei Stück gerollt! Schon wieder! Schon wieder! Ups! Digga! Nicht dein Ernst! Ich ballade den Monti die ganze Zeit hinten rein, Digga! Du kriegst jetzt eine F5! Du kriegst doch rein! Ei, das war jetzt eine Sau! Das ist aber eigentlich die ... Die müssen in Ruhe, Digga! Irgendwann wird vorgelaufen, bisschen! Ups! Digga! Das ist nicht Ash! Das ist Fetcher! Ja, weißt du! Durch den Fake-Roll! Ah, guck mal wie viel Ebola da liegt, Digga! Oh mein Gott! Das stimmt doch direkt! Adi, läuft nicht mal rein! Was du Caddy-Ape, Bitch! Das ist auch nicht geil, oder? Das ist richtig geil, Dennis, Alter. Ok, ich lasse hier 101 mal. Oh, shit, oh, shit! Oh, shit, oh, shit! Oh, shit! Oh, shit, oh, shit! Oh, shit... Das ist egal, das ist einfach mitten im Rainbow-Kell. Oh, shit, oh, shit! Oh, nein! Oh, nein! lol was wird gewonnen hat die umgeworden ok natürlich warum läufst du dann auch hin ich stand in zwei wänden ja und da kannst du durchballern da ist doch dieser balkon oh mein gott da würde ich nicht picken um echt zu sehen wow ich glaube es ist fommig da war ein, nein ich habe ihn gekillt er hat durch dich geschossen und ihm einen headshot gegeben digga leute bei mir war da keine da war bei mir einer da war einer das speichere ich erstmal das war anwiegendlich das meinst du doch nicht ernst digga nice troll nice troll ein bisschen ich wollte mich ich wollte mich ich wollte mich ich wollte mich hilf mir hilf mir hilf mir ich habe ihn gekillt ich bin oben hä ich sag gerade ja da steht einer neben mir der guckt mich noch an ich denk mir ja gut das ist ein teammate digga auf einmal läuft er weiter kippt habe ich ihn auch weg oh was macht ihr alter sag doch was ja danke ich bin auf zu 47 hp ja danke dass du mich safest ach so ja alles deine schuld dennis hat diese ebola hingeworfen dennis hat diese ebola hingeworfen dennis hat die tür dennis hat die tür durch die tür hat der ja genau das war er dennis 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 digga das war geschossen man dennis du bist so kacke markiert wahnsinnig digga anstatt einfach da rein zu gucken und mich zu kassen wow jetzt fehlt er den if you know die you are so fucking gay guck mal wie nervös der schon ist der hat schon richtig sein wenn er verliert müssen wir alle drei 10 seconds dude wenn er verliert müssen wir alle drei faggans sagen auffrage 8 seconds 7 seconds 6 seconds 5 seconds direkt neben den firmaiding zum aufmachen fagg 5 5 5 2 5 6 0 5 5 6 Der steht direkt neben dem Thermal-Ding zum Aufmachen. Rechts im Gang. Ich wünsche man könnte so um die Ecke irgendwie, äh, machen mit dem Intervagan. Da ist einer, ja. Und links ist auch einer. Ach fuck, ist gerade weggegangen. Die sind schön für Werber. Wer denn gekillt? Äh, Digga, geh einfach rein. Und guck erstmal nach rechts. Erstmal nach rechts. Yes. Digga, warum kommt denn der eigentlich nicht mit? Das ist auch eine Waffe, Digga. Komm, Dennis, Sniper, CSGO. Boah, schade. Guck, links, 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 guck links. Hoch, Alter. Das ist ein Loch. Alter, warum hilft der die nicht? Wahnsinn, government. Fuck. Joach, zum Glück, ey. Ist da mal eine Claymore gelaufen? Du, ja. 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 Guckst du, ich wüsste es. Das kann nicht sein, Digga. Das kann nicht sein, Digga. Warum klappt das so? Aber ich dachte, wie der eine loskommt, hätte der gesessen, der zweite da. Nee, das kann einfach nicht sein, was du machst. Sehe ich. Er hat auch den Sneaker. Der glowing Tür auch mit dem Trink mit am Schuss. Echo Drohne, Echo Drohne. Abhör, Lott. Komm raus, komm raus, komm raus, komm raus. Nein, rein, rein, push, push. Spusch, 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 spusch! Möcht ihn mal rein! Leute, vielleicht überleb' ich das! Vielleicht liebt mich Gott! Komm hoch, komm hoch, komm hoch! Ich muss erstmal hier kurz raus, ich muss erstmal ganz kurz auf den Weg drücken. Wir haben im Raum mit der anderen Rinde. Glein' dir die Scheiße! Glein' einfach mal! Wo ist denn der Bug? Wer ist auf der anderen Seite? Bro, come to us! Lol, da lag noch einer! Da liegt noch einer! Da ist noch irgendwo einer rechts! Ja, weil Kühle habe ich eine gedäppert. Ist sie tot? Was ist da noch? Digga! Why the fuck you are at the other side? Haha, wie das hochzieht! Digga, das Game war so behindert! Digga, das war so behindert! Digga, wir hätten das Game jetzt eigentlich losen müssen. Warum war er auf der anderen Seite? Der hätte einfach zu uns kommen sollen! I kill! Oh Gott! Nein! Nein! I kill! Nein! 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 Digga, nein! Bei mir! Ich muss mal mit dem Goldspiel erlauben! Alter! Dennis, wo ist die? Dennis, weg, weg! Oh Gott! Nein! 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 Was ist das? Nein, Digga, nein! Scheiße! Was ist das? Alter! Wir haben... Wir haben... Wir haben... Wir haben... Wir haben beide... Alp, du Scheiße! Oh mein Gott! Digga, ich hab's doch gerade gesehen in der Wiederhöhung! Alter! Wie haben wir so veraimt, Digga! Digga, ich hab's okay! Digga, Till hat mir den Rücken geschossen! Digga, ich wollte sie abschießen! Digga, ich wollte sie abschießen! Ich wollte sie abschießen! Und dann... Nach dem ersten Schuss ist es halt nach oben gezogen Und dann hab ich nochmal geschossen auf Yotta getroffen! Digga! Speichern!